echt geisterbox alter old das hat funktioniert auf jeden fall denn die scheiße alter die aufgabe ist bewegungssensor er ernst ich kann ja in die zukunft sehen ich schon mal der schutz hätte es fein ja aus wenn er alles voll ist ja das habe ich gekauft und ganz viele pillen ja natürlich nehme ich mit also ich habe das das bewegungssensor machen wir du musst jetzt auf mich aufpassen ich habe acht milliarden aufgebilden du bist auch durch die tür gegangen dann zählt das nicht mehr das sehe ich manchmal nicht mehr eigentlich siehst du das nicht ach so hey was denn du wolltest erst mal hier rein ich wollte strom anmachen habe ich gar nichts ich habe strom angemacht ich habe ein bau gefunden ich weiß es kann auch an einem bau liegen liegt definitiv nicht leuchte mal hin hallo leuchte bei ihnen müssen wir jetzt verarschen wo soll ich denn mit der taschenlampe in die wand da hier ist gar nichts weil da ist die tür dazu gegangen dann schau mal ich kann ja mal aufhören ja lass mal rein weil ich lege eben mein zeug hier ab ja ich auch hatte das strom anmachen hast du doch ja ja ich habe ich ja ich meine jetzt im licht ja kenne ich nicht hier auf planeten gibt es das nicht das mit bewegungssensor hat ja müssen wir so machen ja kurz habe ich dann noch buch dann ist du vielleicht dots und kamera und kamera oder geht das zusammen und nur wieder auf allein ich guck mal nach kamera weiter geht das hier so leider nicht haben sie schon gestorben wieso machst du denn aus ich bin dort wegen da geister wegen gott geister bubbles durchläuft ja oder ist natürlich gelaufen ja ist durchgelaufen perfekt nein schau doch mal dach überblick auf dein das buch hast du das da ist ja ja natürlich hingelegt wo ist er jetzt hin oder er ist einfach schon also was ist das für eine lampe das ist einfach aus spiel kennen okay dann können wir die eigentlich ausschließen lass aber man ja noch nicht ausschließen erst also jetzt momentan erstmal also auch über die bohbild wir haben dann lass neues zeug holen wissen wir noch nicht ob wir welche haben dass man sich die tür aufdrücken kann so aufhalten das müsste eigentlich sein alter junge der jagt ja gar nicht auf uns reden habe ich eigentlich auch keinen bock an das salz mitnehmen ja aber trotzdem würde ich doch mitnehmen ach so unter 25 prozent wird schwierig kommen wir haben bei 90 ja dann da ich nehme salz du nimmst die redner box redner box ist hier dann gehst du später rein und redest mit ihm und ich schaue durchs fenster ja dann reagiert auf mehrere ne nur alleine und er hat doch den maul da ist nein ich glaube ich glaube ich glaube ich wenn jetzt da fingerabdrücke wären dann wäre das verrückt weil ich hatte eben keine die tür ja jetzt auf jeden fall die tür berührt da aber da ist nichts ne ich glaube die können wir jetzt auch ausschließen ja das will ich nichts also fingerabdrücke weg geister box müssen wir jetzt ausprobieren wo ist eigentlich das buch hin das ist eigentlich unter dir ah das liegt ja da hat er da was rein gemacht x da ist ein x warte mal ich fotografiere das mal und ne zählt er jetzt gar nichts hä ja das schaut aber so aus mach hier licht an hast du gesehen du hast das licht beeinflusst mach das doch mal ohne scheiß du hast grad bei mir also das licht hatte geflackert wo du es gemacht hast warte machen wir mal zusammen ach der ist wie gelaufen ja ja ey der reagiert auf strom wir machen die ganze zeit da du strom da an und ich da na ich würde mal noch nicht sagen also kann ja sein ja ja aber ich würde es noch nicht sagen wir ausschließen können ich frage so meld sich mit einem computer an ja okay ich schaue dann durch ne ich mache foto von dir okay dann rede ich mal aktivität du musst nicht ausmachen also ist das so kommt das nicht her dass das ohne gut so hast du die tür zugemacht bist du da wie alt bist du geisterbox echt geisterbox alter das hat funktioniert auf jeden fall in die scheiße alter ja aber das problem ist wir haben noch die anderen gefriertemperatur was ist nicht verstehe ich so schlecht ach so ja ich hatte es neben mir ich stehe mal für dich auf also geisterbox auf jeden fall finger drücker haben wir gesagt ausgeschlossen ja also ja nicht nachgeguckt ist egal das gleich noch mal schauen das buch ist es nicht das ist ein buch das nimmt du vielleicht noch mal räucherung ok ok warte ich hab aber buch steht nichts drin sehe ich von dir aus zu kommen so licht schlafen jetzt haben wir die feuer melder und nein der geht gleich wieder an das ist sowieso nicht aber abgeräuschen das ist sowieso nicht oh ja das ist aber sie nimm das voll voll bitte 2 aber nur lass mal aus hier überall in dem kompletten raum ist gefühlt 2 3 ja wo ist denn und heißt es noch mal ein temperatur ding ist das die das oder 3er aua 4 ok emf ist es nicht ich gucke grad temperatur emf ist es nicht 3,3 mach mal aus die kacke das fackt langsam ab so also temperatur haben wir auch keinen minus er macht die ganze zeit irgendwelche türen auf und zu so und tauchen tust du nicht ne also ich nicht warte eben du hast die tür hier ist 4 herr fingerabdrücke sind halt wirklich ey sag mal ganz ehrlich das müssen wir dann auch ausschließen oder temperatur weil die wieder nicht wir haben kein junger was macht er mit solchen türen er macht die ganze tür auf zu auf zu auf zu ganz ehrlich dann schließt man temperatur aus dann bleiben auch mara und yukai aber mara ja aber keine an der könnte jetzt halt buch 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 warte ich muss doch fotos machen eben Dann ist es, äh, Mare. Mare. Äh, mach doch die Tür zu. Was ist das, die Mare? Alter, ich hab ein Foto von dir noch gemacht. Echt? Alter, aber wie sieht man das leider nicht? Das müssen wir bei dir sehen. Ja, es schaut wieder. Warte. Lol. Ja, auf jeden Fall, Mare. Let's go. Also, wenn das jetzt nicht Mare ist, weiß ich nicht. Weiß ich wirklich auch nicht. Also, wir haben halt einfach alles ausgeschlossen, oder halt... Ja, das ist Mare. Nice, einer. Nice, boys. Alter Schwede. Wirklich. 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 Bis zum nächsten Mal.